Ich schaue wirklich darauf, dass die Leute nicht übermässig belastet werden. Aber ja, die notwendigen Untersuchungen, die müssen wir auch machen. Ja, das ist leider die Kritik, mit der ihr euch wahrscheinlich häufig konfrontiert seht, so nach dem Motto, ja, da muss ich eben einfach viel Geld auf den Tisch legen und so weiter und so fort. Aber Gesundheit ist nun mal... Ja, das ist beides, weißt du, ich habe ein Herz für die Patienten. Es ist mir wirklich wichtig, dass sie nicht unnötige Kosten haben. Ich weiss, es gibt viele weitere Kollegen, die den Leuten das Geld herausziehen. Man kann alles erklären. Ich kann jedem Patienten sagen, ja, wissen Sie, das ist ganz wichtig und ohne das kann ich sie nicht behandeln. Die Menschen bezahlen dann, logisch. Aber das ist für mich nicht sauber. Ich kann so nicht arbeiten. Ich möchte ehrliche Medizin betreiben und nur das Notwendige den Patienten zumuten, was sie selber bezahlen müssen. Es gibt so oft, habe ich Wege ohne teure Kosten. Und dann leise ich auf demeremonyen. Untertitelung des ZDF, 2020